Das Sommercamp Wege des Herzens ist das beste Sommercamp, was dir passieren kann dieses Jahr. Komm vorbei, genießt die Tage und erlebe wunderbare Menschen, wunderbare Abende und eine fantastische Zeit. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf das Sommercamp in Weil im Schönenbruch, weil ich dort vielen interessanten Menschen begegnen kann und für mich auch viele gute und interessante Kurse stattfinden. Und ganz besonders freue ich mich auf das Konzert und Tanzen. Ich bin voller Freude hier auf die Wege des Herzens vom Sommercamp, denn Königin oder König ist der oder diejenige, die ein Schlüssel besitzt in Zeiten voll verschlossenen Räumen. Und ich bin gespannt, welche Schlüssel ich finden werde. Ich freue mich auf das Sommercamp Wege des Herzens, weil ich das Thema total spannend finde und dazu ein bisschen forschen möchte. Ich bin ganz gespannt auf die ganzen Referenten und Vorträge und Begegnungen. Einfach da zu lauschen, zu meditieren, was Neues auszuprobieren, Abends Trostanz zu machen und ich freue mich ganz besonders, dass das an diesem wunderschönen Ort stattfindet. Das ist nämlich wirklich eine Oase, wo man die Akkus aufladen kann. So geil! Endlich wieder mit echten Menschen in ekstatische Räume eintauchen. Ich freue mich! Und dann geht es bitte mit euch. Ich freue mich! Untertitelung des ZDF, 2020